Ganz kurzes Statement. Wer hat denn jetzt gewonnen erstmal? Ja, der Fabi und der Tobi. Den Nachnamen vom Tobi darfst du sagen. Lassoleni. Genau. Und Fabian Wagner. Sensationell. Im Hintergrund sehen wir es noch. Gegen Bene Dorand und seinem Partner. Seinen Ersatzpartner, nicht Max Hauser, sondern... Ja genau, den anderen. Genau, der ist auch Tobi. Genau. Aber wir können Bene kurz dazu fragen. Bene ist sicher da. Bene, Bene, Bene.